Es gibt Neues beim Thema Heat4Need, unser Projekt, welches Sneaker Heat mit Charity verbindet. Dazu müsst ihr hier zum AGC Store kommen, den Code am Display an der Scheibe checken und habt Zugriff auf Sneaker Grails Heat der letzten Saisons, der letzten Jahre. Wir supporten damit Charity-Projekte natürlich. Die letzten Monate haben wir das Kinderpalliativ-Team in Hessen supportet, beziehungsweise ihr habt das supportet. Dabei sind rund 5000 Euro zustande gekommen. Vielen Dank für alle Käufer, für alle Supporter. Jetzt geht es weiter mit Unterstützung der Amazonas-Hilfe. Wir supporten die Organisation Miserior, Erhalt des Amazonas. Und hier unterbinden wir vor allen Dingen die illegale Brandrodung. Wir freuen uns auf alle Supporter. Schaut vorbei, was sich alles im Heat4Need-Window befindet. Ich sage euch, gutes Material. Wir freuen uns auf alle Spuren, auf alle Spuren, auf alle Spuren und auf alle Spuren.